Hallo liebe Zuschauer, jetzt sind wir auf der Feuertrutz 2021, die Messe für Brandschutz hier in Nürnberg. Und bei mir ist der Herr Ralf Wolters, der Vertriebs- Ohne S. Der Herr Ralf Wolter, okay. Herr Wolter, was stellt Ihre Firma her? Was ist Ihr Business? Unser Business ist im Großen und Ganzen Rauchmelder, Standalone-Melder und funkvernetzte Rauchmelder, die wir herstellen. Unter anderem stellen wir auch Gateways her, sodass der Heustelblauer, oder wir haben ja viele, gerade in Außenbezogen, viele Häuser, dass er die Möglichkeit hat, sich eine funkvernetzte kleine Anlage aufzubauen. Ich sage mal, wie eine Brandschutzanlage für den kleinen Mann, für den Heustelbauer. Gibt es jetzt immer noch Leute, die sich um so Brandmelder drücken? Es ist ja Pflicht seit einigen Jahren. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, der Eindruck ist definitiv so. Wir haben alleine in Berlin bei uns über 30 Prozent von Haushalten, die noch gar nicht ausgestattet sind. Aber wir haben ja keine Polizei, keine Rauchmelderpolizei. Insofern ist das alles immer ein bisschen schwierig. Aber es wäre noch genug potenziell da und viele haben leider noch nicht Rauchmelder installiert. Und sind Sie jetzt schon öfters hier auf der Feuerturzgleichen? Ich persönlich bin jetzt das fünfte Mal hier und letztes Jahr war ja dummerweise wegen Corona nicht. Und wir freuen uns alle jetzt mal ein bisschen Smalltalk wieder betreiben zu können. Und man sieht ja, die Stimmung ist ganz gut. Die Leute lächzen danach. Und insofern ist es schön, dass die dieses Jahr wieder stattfindet. Und wo geht die Entwicklung bei Ihrer Firma hin? Was planen Sie für die Zukunft? Also wir haben ja, wie gesagt, für den Häuslebauer die Geschichte mit einem Gateway, dass ich also eine Aufschaltung habe für mich selber. Also Gateway muss ich verstehen, dass mein Handy dann klingelt, wenn es bei mir warnt. Genau. Also wenn ein Rauchmelder anschlägt, wir haben Bisensortechnik, das heißt Rauch und Wärme, auch unabhängig voneinander. Und wenn der Rauchmelder angeht, dann bekomme ich über mein Smartphone oder über mein Tablet sofort eine Nachricht und kann lokalisieren. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer ist der Rauchmelder angegangen, weil zu großen Temperaturen oder Rauch ist in die Rauchkammer. Und habe die Möglichkeit, entweder Feuerwehrnachbarn zu informieren, dass mal geguckt wird. Kann ich mit Ihrem System auch direkt Alarmsteife auslösen bei der Feuerwehr? Nein, dazu ist eine Brandschutzmeldeanlage da. Das ist wirklich nur für den kleinen Häuslebauer ohne Aufschaltung Polizei und Feuerwehr. Okay, vielleicht noch ein kleiner Appell an die Zuschauer. Brandschutzmelderpflicht, bitte tut's. Ja, ganz wichtig, bitte tut's. Bitte informiert euch. Wir bei der Pyrex haben die Möglichkeiten, ziemlich preisgünstig ein Qualitätsprodukt anzubieten. Und jeder, der noch keinen Rauchmelder unter der Decke hat, sollte es tun, weil es rettet einfach Leben. Okay, herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, Sie sehen, hier tut sich was. Und wir schauen jetzt nochmal weiter, was noch alles Interessantes hier auf der Messe zu sehen ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank.